ja herzlich willkommen hier in unserem tamron studio in unserem neuen tamron studio das ist ja der erste vortrag den wir nach der renovierung sozusagen aufnehmen und da haben wir uns ein besonderes thema aus sagen es ist ja gar nicht nur neu angemalt es ist nicht nur angemalt da ist einiges gemacht worden damit wir hier schicker stehen und über spannende themen reden können und zu diesem besonderen anlass haben wir ein besonderes thema was denn werner haben wir eingeladen normalerweise nennen wir dich ja immer unseren sturmjäger unseren wetterfotografen aber in dem fall hat es mit wetter ja nur am rande zu tun oder nicht primär zu tun eigentlich schon weil okay da ist das ausschlaggebend ob man braucht gutes wetter um das machen zu können was du gemacht hast aber es geht um astrofotografie um stern fotografie super spannendes thema tatsächlich auch ja ein teilbereich der fotografie den ich den ich selber mal gerne machen würde aber wie so viele leute da ein heiden respekt vor habe und da wirst du ja auch mal ein bisschen erklären was da so alles dazu gehört das war tatsächlich auch mein hindernis die ganze zeit weil es ist es hat gar nichts mit normaler fotografie zu tun an sich auch dass man das mit einer kamera macht sondern es ist wirklich einfach nur technik schlacht muss sehr viel technik lernen genau das ist nämlich nicht so man stellt sich irgendwo selbst unter einem wunderschönen sternhimmel hin und hält einfach mal die kamera in den himmel und dann sieht man direkt milchstraße und sterne und alles sondern da gehört einiges dazu und da gehst du nachher auch noch mal im detail darauf ein genau na und ja was was man alles beachten muss was für hindernisse es dabei gibt vor allem wenn man die die qualität halt raus holen möchte aus den fotos dann ist es schwierig so hinstellen mit dem stativ aufs feld das ist einfach das kann man machen aber wirklich die rauschfreien fotos zu bekommen aber es ist ja nicht nur sich einfach irgendwo ins freie stellen sondern also wenn ich überlege ich wohne hier in köln in der nähe des flughafen da ist schon mal per se selbst der schönste freie himmel für mich ein hindernis weil einfach der flughafen alles weg strahlt was irgendwie nach stern aussieht da kommen nur so weiß ich nicht noch 20 30 prozent maximal durch wenn überhaupt ja da gehst du auch darauf ein reden wir noch mal kurz darüber was du dabei hattest das hier ist ja unsere trinity mit dem neuen 28 75 g2 lichtstärke ist das entscheidender faktor weil du hast ja auch ein objektiv teilweise benutzt das sehen wir gleich was jetzt nicht gerade eine riesen lichtstärke hat eine tatsache ist nicht der entscheidende faktor das einzige was ich mit der lichtstärke sozusagen tue ist die zeit verringern die ich pro tag nennt sich das pro objekt was ich im weltall fotografieren möchte brauche aber das ist nicht so das entscheidende als zum beispiel ganz riesengroßen teleskop das habe space-teleskop das hat gar nicht so eine gute offenbände also das sind die objektive sogar deutlich offenblende ja das ist ja das was wenn viele leute über über astrophotografie was hören so das erste wahrscheinlich was man denkt dass man jetzt wahnsinnig viel lichtstärke braucht aber ist ja schon mal spannend dann zu erfahren dass das eigentlich gar nicht so der entscheidende faktor ist was würdest du denn sagen also wir haben ja jetzt hier du hast mit mit den dreien fotografiert und um das mal zu sagen auch mit dem 150 500 also wirklich ein ultra tele objektiv was ist denn für dich da der der wichtigere faktor also ich würde jetzt sagen ich kenne quasi beides also ultra tele für wirklich irgendwie beeindruckende aufnahmen von irgendwelchen nebeln oder ähnlichem aber auch weitwinkel um eben dieses panorama hinzubekommen was ist da dein ansatz also was ist für dich eigentlich so der der wichtigere part also es kommt natürlich immer ganz darauf an welche tage sich fotografieren möchte also für das weitlinke für die milchstraße da geht natürlich ganz einfach so dass 17 28 oder das 28 75 was ich dann natürlich dann dafür diese sony nehme aber das nutze ich tatsächlich gar nicht offenblendig auch wenn ich das jetzt machen könnte denn da blende ich lieber mal auf blende 4,0 ab das sind ja ein super so die ideale schärfepunkt sind es ja für die beiden objektive ungefähr ist ja blende 4 damit wirklich auch die sterne in der mitte und den ecken besonders scharf sind da bei den größeren brennweiten nicht also bei dem 150 500 bin ich damit tatsächlich auf offenblende gegangen weil wenn ich dann auch auf 8 blende 8 abblenden würde würde ich schon noch mal sehr viel licht verlieren und damit kann ich dann die belichtungszeit kürzer halten ja aber grundsätzlich bleibt es dabei weitwinklig für wirklich wunderbare panoramen und ultratele wirklich dann für details in anführungszeichen genau wenn man sich aus dem himmelspanorama bestimmte bereiche heraus holen kann das ungefähr so zusammenfassen dass je mehr brennweite ich benutze dafür verabschiede ich mich sozusagen langsam aus der normalen landschafts- oder nacht night scape fotografie und komme halt so ein bisschen wirklich in die deep sky fotografie dann auch rein mit den objektiven genau das ist auch ein stichwort da gehst du dann auch noch mal drauf ein was das genau bedeutet deep sky und ja was was man da alles für tolle dinge am himmel finden kann wenn man einen schönen spot gefunden hat wo so wenig licht wie möglich von der umgebung wahrscheinlich rein strahlt und ja einfach das wetter dementsprechend stimmt und ja spannendes thema vielleicht lerne ich auch noch was vielleicht traue ich mich danach ja mal mich irgendwo hin zu bewegen als zum ausprobieren reicht es tatsächlich also man braucht sozusagen gar nicht einen perfekt dunklen ort das ist auch die gleiche frage wenn es nicht ganz so der himmel viel licht verschmutzt ist dann brauche ich nur eine etwas längere belichtungszeit wieder also ich könnte theoretisch auch aus der kölner innenstadt astrofotografie machen brauche ich nur viel länger für das gleiche vor so wie jemand der in eine dunkle dunkle region ja aber dann ist ja das problem das wirst du ja auch noch erklären das motiv bewegt sich ja genau das bewegt sich weiter mit dem planeten mit dem himmel also man hat ja auch nicht ewig zeit für die langzeitbelichtung weil da muss man dann mehrere mächte investieren und immer wieder in den selben ort dann genau ja also alles nicht ganz so einfach ist viel know how erforderlich aber das wirst du uns jetzt erzählen und danach schaue ich mal ob ich vielleicht in der eifel irgendwo netten platz finde wo man sowas mal ausprobieren kann also das wäre jetzt das hier in der kölner umgebung wo ich weiß da gibt es so ein paar spots die etwas dunkler sind aber wie gesagt in der nähe vom flughafen traue es mir wahrscheinlich so oder so nicht zu aber schauen wir mal ich wünsche ganz viel spaß beim zuschauen und ja bin gespannt auf deine insights und ja viel spaß herzlich willkommen zu meinem vortrag über die astrofotografie mit tamron objektiv mein name ist bastian werner eigentlich kenne mich eher so als wetterfotograf aber das ist auch gar nicht so weit zur astrofotografie denn wer schon mal das versucht hat der weiß dass was am meisten stört sind wirklich die wolken und wenn ich jeden tag schönes wetter hätte dann konnte ich auch jeden tag astrofotografie machen das ist leider nicht der fall aber wenn dann klarer himmel ist dann erkläre ich euch jetzt mal ein bisschen was dazu wie ihr dann schöne fotografien anfertigen könnt jetzt ein bisschen die frage was ist eigentlich astrofotografie was ist deep sky fotografie was jetzt auf diesem foto sehen können dass es ein weitwinkel foto offensichtlich des winterlichen sternhimmels mit der orion region region und dort seht ihr jetzt solche roten tollen bereiche das ist ganz typisch für astrofotos und diese roten farben die kommen mit einer normalen kamera gar nicht raus dafür verwende ich eine spezielle kamera zur astrofotografie die keinen infrarot sperrfilter hat diese rote farbe entsteht die sogenannte h alpha linie im weltall das sind einfach nur wasserstoffatome die angeregt werden also das primitivste teilchen was es eben oben im weltall gibt und das sind alles regionen in den neuen sterne entstehen und die können wir mit unserem normalen auge nicht sehen aber wenn ich infrarot sperrfilter in der kamera entferne dann kann ich diese ganzen farbtöne erkennen es gibt so die möglichkeit eher so weitwinkelige astroaufnahmen zu machen das ist dann auch keine deep sky fotografie das eher so nightscape astroscape fotografie das heißt ich habe coole vordergründe und mache das sichtbar was ist mit dem auge versteckt bleibt mit meiner kamera wenn ich es deep sky machen möchte dann suche ich mir eben eine dieser coolen interessanten nebel regionen dort im weltall aus und dann gehe ich wirklich mit viel brennweite da drauf ziele da drauf dass zum beispiel mit dem 500 mm objektiv und dann bringe ich eben diesen nebel den man es vorher im baldwinkel so klein gesehen hat eben richtig groß raus in meinen fotografien das rechte foto das ist jetzt ein ein single shot so kommt das aus der kamera raus wenn ich natürlich noch diesen astro tracker der hier drüben steht ich dann noch erklären werde benutze und wenn ich ganz ganz viele aufnahmen mache in diesem fall wirklich 164 fotos a 1 minute 30 und die dann speziell verrechne dann kriege ich eben dieses foto von diesem nebel wo mehr details raus kommen mehr farben und natürlich auch deutlich weniger bildrauschend drin enthalten ist als in dem single shot foto und das ist eben deep sky fotografie ich arbeite nicht nur mit einem foto aber es handelt sich tatsächlich noch um eine echte fotografie und wenn wir irgendwann die ultimative kamera erfinden könnten die wirklich perfekt auf dieses licht reagieren könnte also ein photon gibt sozusagen ein pixel oder sowas dann könnte man solche fotos wirklich mit einem einzigen shot machen dann natürlich eher so die astro landscapes die ich fotografiere da muss ich natürlich auch gleich dazu sagen der hintergrund der wird immer mit einem astro tracker gemacht und aber das sozusagen das richtig zu haben dass es sozusagen noch in anführungszeichen bild echt ist es ist ganz wichtig dass man mit tools vorher genau plant wie steht jetzt die milchstraße in der landschaft natürlich auch die gleiche brennweite für den vordergrund wie für den hintergrund verwendet und dann genau die beiden aufnahmen übereinander blendet die man dann da hat in der nacht gemacht also einmal die milchstraße und einmal den vordergrund und hier kann man jetzt sehen die ist erst vor kurzem entstanden die aufnahme und das ist die ja april milchstraße wie sie ganz früh morgens im april zu sehen ist mit der antaris region das ist dieser dieser hellere bereich sehr helle leuchtende stern hinten rechts mit dem baum die quasi gerade so über den horizont drüber gekommen ist anfang april ein sehr seltenes wetter ereignis mit sehr viel schnee und raureifem nordschwarzwald hat dazu geführt und dass ich eben in der winterlandschaft schaffen konnte ein milchstraßen foto aufzunehmen das haupt problem wenn ich astrofotografie mache das kann man an diesem foto hier gut sehen das ist jetzt einfach so ein star trail himmel wenn ihr jetzt einfach ins feld geht mit einem stativ und einfach den himmel lang lang belichtet dann kriegt man diese star trails das ist natürlich der erd rotation geschuldet denn je länger ich belichte desto sichtbarer wird diese rotation in denen wir aus den stern striche werden als ist natürlich nicht so dass der sternhimmel sich bewegt sondern eigentlich was sich dreht ist halt eben unsere erde und das sorgt dafür dass der nachthimmel nicht still steht und das ist das große problem der astrofotografie würde sich die erde nicht drehen wäre es sozusagen einfach möglich mit dem stativ hinterm haus solche astrofotos zu machen da würde es vermutlich aber auch kein leben auf diesem planeten geben weil die erd rotation eben da ein sehr wichtiger faktor ist dann gibt es wenn man sich mal anguckt diese diese star trails genau da rein zum dieses foto sozusagen einen mittelpunkt immer und dieser mittelpunkt der ist in der nähe des polarsterns auf der nordhalbkugel des nordpolarsterns und wenn ich jetzt eine eine funkt eine nassags ein gerät habe was genau diese erd rotation ausgleichen ich richte das genau auf diesen mittelpunkt der rotations achse im sternhimmel aus dann kann ich mit der bewegung des himmels mitgehen und endlich lange belichten und dafür habe ich eben diesen astro checker hier drüben mitgebracht da habe ich jetzt auch schon einmal das tamron 150 bis 500 drauf gemacht an einer sony a7s die ist astro modifiziert da ist also der infrarotsperr filter ist ausgebaut die kann also das volle infrarotspektrum aufnehmen das ist eben das was ich für astrofotos brauche hier vorne ist übrigens mein kleiner geheimer tipp für alle die mal astrofotografie machen wollt kauft euch auf jeden fall ein kleines ja das ist so ein objektiv wärmer ist das ein teleskop wärmer den kann ich dann vorne um die um die frontlinse drum machen von dem objektiv und das verhindert dass ich bei langen belichtungszeiten vorne eben nachts eine beschlagene linse bekomme sehr wichtiges instrument kann ich nur jedem empfehlen ist ärgerlich um nachts unterwegs ist steht auf der wiese und dann wird die wiese feucht und die kamera feucht und eure astrofotografie tour ist gleich vorbei also ganz wichtiges tool dann könnt ihr jetzt sehen habe ich hier auf dem stativ diese nachführung zwischendrin und hier kann ich jetzt auf diese nachführung verschiedene sachen einstellen erstmal kann ich jetzt hier einstellen der breitengrad auf dem ich mich jetzt hier befinde auf der erdkugel und ihr könnt jetzt sehen da wandert dieses gerät und schwenkt sozusagen die achse hier mit um der sich diese dieser astro tracker dreht und das richte ich dann je nachdem ob ich mich jetzt zum beispiel eher im norden befinde da muss ich das eben etwas flacher machen oder im süden da ist das etwas steiler ausgerichtet immer neu aus das ist aber noch nicht genug und das kann ich natürlich noch deutlich genauer machen da kommt normalerweise eine kleine kamera hier neben rein da könnt ihr die kommt hier so durch und damit kann ich dann genau die die erdachse die rotations achse von diesem tracker auf dem polarstern ausrichten und wenn ich das gemacht habe dann gibt es dieses kleine gerät was hier dranhängt das ist der vor nach slide track 2 der sorgt dafür dass meine kamera auf dem stativ jetzt hier der erd rotations achse folgen also über den laufe der nacht würde sozusagen die kamera diese bewegung dann hier langsam auf diesem gerät machen und würde eben immer einen einzigen punkt im himmel erreichen und dann kann ich eben ganz ganz viele fotos davon machen die ganze nacht über und die hinterher am pc zusammensetzen so zurück zur präsentation hier ist noch mal so ein gitter so eine sag ich mal ein fisheifoto aus der software stellarium wie ich auch mal gleich erklären werde wo man erkennen kann das koordinatennetz des himmels mit dem mittelpunkt oben ganz in der nähe des nordpolarsterns und man kann sehen wenn man sich mal die himmelsrichtung anschaut unten ist norden im bild oben ist süden dann muss ich eben also immer diesen polarstern finden richte diese rotations achse darauf aus und dann bin ich sozusagen im koordinaten mittelpunkt oder im nullpunkt für den sternhimmel und kann dann relativ zur bewegung des sternhimmels diese fotografien anfertigen hier ist das ganze erstmal aufgebaut wirklich im einsatz ihr seht das ist etwas entspannter mit ja hier unten beim liegen noch eine tüte mitgenommen wurde dann die geräte drauf gestellt werden dass sie nicht dreckig werden das sind jetzt zwei kameras die beide jetzt synchron mit dem tamron was das naja 28 75 ist da drauf und die zielen beide auf den gleichen teil vom himmel das hat den großen vorteil das kann ich kann mit einer kamera fange ich die rgb daten ein das heißt ganz normales farbspektrum rot grün und blau normale kamera halt und die eine kamera ist eine astro modifizierte kamera die hat dann noch einen speziellen filter drin der nur diese spezielle h alpha linie durchlässt das heißt diese fängt nur dieses rote licht ein und dadurch habe ich sozusagen ein besseres signal und hinterher kann ich beide bilder übereinander legen und kriegt dadurch in der deep sky fotografie eben diese nebel noch ein bisschen besser heraus bearbeitet noch viele technische geräte irgendwelche fernauslöser dann noch zusätzliche akkus um halt die kamera und den tracker damit betreiben zu können wenn ich jetzt also hingehe und ich möchte jetzt diese deep sky targets machen dann ist natürlich die frage wie das jetzt funktioniert also bei dem foto könnt ihr jetzt sehen so sieht der normale nachthimmel aus wenn ich das ganze jetzt betrachten würde als laie also nicht jetzt raus gehe gucke ich da eben hin und ich sehe ja mit den augen überhaupt nicht wo ich jetzt eigentlich hin fotografieren möchte so ihr würdet ja gar keinen nebel dort entdecken und deep sky fotografie ist eine art der fotografie wo ihr eigentlich immer nur sachen fotografiert die schon von hunderten oder tausenden anderen leuten genauso fotografiert wurde also der himmel ist größtenteils kartografiert und wenn nicht die extrem krassen teleskope auspackt bei dir auch da selten irgendetwas neues fotografieren und man fotografiert eigentlich immer nur alt ist und muss sich halt eben eine software holen wo das alles kartografiert ist und da benutze ich die software stallarium.org die ist kostenfrei könnt ihr euch einfach runterladen auf der seite und das ist so das wichtigste zu dem ersten so ein bisschen sternhimmel zu erkunden um einfach diese ganzen objekte oder targets im weltall zu sehen die ich dann eben auch mit der kamera dann da aufnehmen könnte hier kann ich jetzt mal so ein beispiel aus der software sehen das ist einmal der nordamerika nebel weil er so ein bisschen so aussieht den namen von dem anderen habe ich gerade vergessen auf jeden fall seht ihr das sind eben die bereiche die kann ich dann mit der software entdecken und man sieht jetzt auch dass sich außen rum so ein paar markante sterne befinden die haben dann auch einen namen wie sade oder den app und diese sterne und diese sternbilder die kann ich dann eben in der software entdecken und wer ja diep sky fotografie macht da kann auch kleiner romantiker werden weil der kann nämlich irgendwann alle sternbilder im sternhimmel erkennen und weiß genau was da oben am himmel los ist damit ihr euch nämlich dort orientieren können das heißt das war sozusagen von den uralten astronomen oder aus griechenland oder sowas aus alten sagen kommt die ganzen sternzeichen die benutzt man wirklich in der deep sky fotografie aktiv um sich jetzt am himmel zu orientieren und diese ziele zu finden und da kann ich dann eben dieser software genau einstellen welches datum welchen monat welche region ich den sternhimmel sehen möchte und kann dann eben alles genau planen und dann muss ich eben wirklich es gibt natürlich auch eine smartphone app draußen stehe ich dann im feld und gucke dann wirklich auf dem smartphone okay wo muss ich da hinziehen mit der kamera und dann ist es ein bisschen fummelig weil da muss ich genau mit dem gerät hingehen da genau gucken dass ich das treffe und ich sage es euch mit 500 millimetern manuell eingestellt so einen kleinen punkt am himmel zu treffen ist wirklich nicht so einfach wenn man sieht den ja mit dem augen nicht teilweise sieht man einfach in irgendeinem dunklen punkt im himmel wo gar nichts zu erkennen ist bei der kamera dann kann ich noch hingehen und kann in software zum beispiel meinen bildwinkel einstellen kann man das jetzt gut sehen das ist ein target was ich jetzt dann im sommer fotografieren möchte wenn die milchstraße höher steht hier habe ich jetzt für das 500 millimeter objektiv das 150 bis 500 eben für 500 millimeter den bildwinkel eingestellt und kann dann also genau sehen okay wie groß wäre jetzt dieser nebel in meinem foto und man kann also jetzt gut sehen dass selbst bei 500 millimeter dass ich da diese deep sky so sehr viele deep sky targets finden kann und ich sag mal so für den einstieg so als normaler hobby astrofotograf kann man sich erst mal zwei drei jahre lang wenn ihr wirklich jede sternklare nacht benutzt und zum fotografieren zwei drei jahre lang mit dann um mit 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 ja sage ich mal mit der deep sky fotografie beschäftigen er einem wirklich sagt okay jetzt brauche ich ein das kopf jetzt reichen die normalen objektive nicht mehr aus dann kann ich eben sagen gehe ich was anderes rein und mit der normalen kameraausrüstung wie sagt zwei drei jahre lang könnt ihr die nacht fotografieren gehen da findet ihr genug wenn euch das interessiert was kann ich denn eigentlich alles so fotografieren da kann ich die website astronomie.com empfehlen da gestern picture of the day das sind eben coole astro fotos die aufgenommen wurden das sind nicht immer nur deep sky fotos sondern das sind auch wirklich viele weitwinkel ideen mit dabei oder bestimmte targets und mit coolen farben und alles da finde ich auf jeden fall ganz ganz viele ideen hier am sternhimmel fotografieren könnt und auch wenn ihr jetzt vielleicht denkt dass der himmel der sternhimmel recht langweilig aussieht oder irgendwie schon alles aufgenommen wurde man kann da so viele ideen noch mit umsetzen da finde eben ganz viel inspiration was wo eben am sternhimmel alles möglich ist jetzt noch so ein bisschen was was ich da aufgenommen habe mit den objektiven das ist zum beispiel der berühmte horse hat nebula und der flaming star nebula ich lege mich jetzt darauf fest ich kann auch noch nicht alle namen aus und ich mache das jetzt auch erst seit einem jahr und das ist jetzt auch mit 150 bis 500 millimeter aufgenommen und das ist im orion drin und da könnt ihr sehen da ist eben auch wie diese diese schöne rote farbe und in diesem leuchten bereich oben links im foto das ist eine sternentstehungsregion also das leuchtet deshalb weil sich dort sehr viele junge groß und helle sterne drin befinden die wirklich sozusagen von innen raus diesen diesen nebel ausleuchten und was man da sehen kann das sind wirklich regionen die sind mehrere hundert oder tausend lichtjahre groß das heißt also dass das licht braucht noch länger diese region hier zu durchwandern als wir auf diesem planeten überhaupt leben also verstehen zu können wie groß das eigentlich ist und da entstehen als wirklich ganze sterne sonnensysteme neue planeten alles mögliche das ist eine aktive region dann was natürlich auch wunderbar funktioniert ein sehr einfaches target auch gerade für den anfang für die astrofotografie ist natürlich die andromeda galaxie die ist sehr hell und lässt sich sehr gut fotografieren auch jetzt hier mit 150 500 millimeter bei 500 millimeter brennweite und das ist eben unsere nächste nachbar galaxie und dort kann ich dann eben diese typische spiral galaxie dann da aufnehmen und das ist also auch eins ein sehr dankbares target was auch jetzt geht das ist was für die wintermonate ist der orion nebel das ist einer der hellsten nebel die man bei uns am himmel entdecken kann auf der auf der nordhalb kugel und auch sehr einfach zu fotografieren weil man eben nicht so lange belichtungszeit brauchen das eben auch mit dem nicht so licht starken blende 6,7 ohne probleme möglich ist innerhalb von 67 mal zwei minuten was macht das sind dann so 30 fotos pro stunde also ungefähr zwei knapp über zwei stunden belichtungszeit dann so ein foto daraus zu bekommen von diesem nebel dann noch etwas mitten das nennt man schon white field fotografie in der astrofotografie ist jetzt hier mit 70 180 millimeter aufgenommen bei einer brennweite von 100 millimetern das ist die orion region und das jetzt mit 100 millimetern aufgenommen da kann man jetzt mal sehen was da so wirklich oben am himmel los ist man sieht ganz viel von natürlich der der roten farbe wieder weil das sehr viel nachsags wasserstoff in der atmosphäre nein würde schon sagen im weltall ist in der region sehr viele in diesem staub drin das sind noch so ein bisschen grünere bereiche dass dabei handelt sich tatsächlich um schwefel das ist dieser grüne farbton und wer rechts am bild schaut so ein bisschen was was rosa ja was rosa beiges das ist noch mal ein anderer nebel und man kann also sehen wenn ich jetzt mit 500 millimeter da drauf gehe dann könnte ich also wirklich alle möglichen detail shots von dieser region im sternenhimmel dann aufnehmen und dann ja sage ich mal deep sky fotografie damit machen man kann jetzt zum beispiel auch den orion nebel wieder sehen das ist in der der mitte dann oben links davon bei diesen drei helleren stern das ist dann der dieser horse hat nebula und wenn man nochmal oben links geht ich glaube das ist ich weiß messier 28 aber ich glaube ich bin damit falsch ich kann das sind so viele ziele die fotografieren kann ich kann das gar nicht alles aus und das ist auch noch ein schöner nebel den ich dann da aufnehmen könnte das ist jetzt mal ein foto von der milchstraße mit 28 mm aufgenommen mit einer belichtungszeit von knapp über drei stunden und das ist jetzt kein bildrausch mehr was man hier sieht sondern das sind tatsächlich die sterne so viele sterne sind oben an unserem himmel zu sehen wenn ich jetzt quasi genau in der achse von der milchstraße fotografiere dann sehe ich auch wieder solche roten farben in der milchstraße und diese dunklen flecken die rote farbe ist wieder der der rot leuchtende wasserstoff und das andere ist dunkelnebel das ist ein einfach sehr dichte staubwolken wo dann eben auch sternentstehung stattfindet und die roten bereichen eben die aktiven bereiche wo sozusagen gerade ein neuer junger stern irgendwo entstanden ist der dann dafür sorgt dass der wasserstoff in der umgebung noch zum leuchten angeregt wird weil von alleine leuchtet er nämlich auch nicht rot dann mache ich natürlich auch noch viele ja astro landscape das heißt ich gehe hin und arbeite eben im weitwinkel bereich das ist auch ein natürlich zusammengesetztes foto das ist ein panorama ich habe also erst die milchstraße als panorama aufgenommen und das auch wieder mit dem tracker gemacht da muss ich dann also immer hingehen und immer wenn ich sozusagen ein ein bild im hochformat aufgenommen habe für zehn minuten dann muss ich zum die kamera weiter rücken auf dem track und so weiter dann kann ich eben stehe ich halt mal so über eine stunde da in dem fall ist fast zwei stunden habe danach in der nacht ein panorama gemacht und dann muss ich natürlich auch noch hingehen und den vordergrund belichten in der nacht dass ich auch die passende lichtstimmung habe die richtige richtung dass die milchstraße aus oder drüber steht ist jetzt hier ein foto was ich in der röhn auf der wasserkuppe aufgenommen habe das jetzt hier noch mal im schwarzwald mit diesen winterlichen bäumen das fand ich einfach so fantastisch weil dass diese chance so eine perfekte winterlandschaft mit milchstraße die bekommt man eben einfach nicht so oft dass jetzt mit 17 mm aufgenommen das ist jetzt ein einzelfoto von der milchstraße 20 minuten lang die die milchstraße belichtet und dann natürlich noch mehrere aufnahmen für den vordergrund die dann auch gesteckt wurden aber auch hier bin ich natürlich hingegangen und habe dann vor ort geguckt da benutze ich tatsächlich dann auch die app foto pilz muss man natürlich vorher gut kalibrieren weil sonst hat die ein bisschen abweichen und kann dann wirklich genau gucken am motiv okay wie steht jetzt die milchstraße da drin dass ich das dann quasi auch bild echt hinterher zusammenbauen kann das ist also wirklich nichts was ich out of the cam so dieser qualität hinbekomme ich könnte sozusagen hingehen und könnte dieses foto auch mit was weiß ich offenblende iso 3200 machen da hätte ich aber natürlich nicht diese enorme bildqualität von diesem geringen bildrauschen in der milchstraße und im vordergrund und um diesen nachteil der kamera auszugleichen muss ich das ganze eben basteln bleib aber dann so fair als naturfotograf das dann eben so zusammenzusetzen dass das wirklich real wäre wenn es eben die bessere kamera oder unrealistisch gute kameratechnik gäbe das jetzt hier auch noch gemacht mit 28 mm das ist auf teneriffa entstanden das sieht man auch daran dass das galaktische zentrum sozusagen der mittelpunkt unserer milchstraße deutlich höher am himmel steht und auch da sieht man wieder so ein bisschen diese antares region rechts über dem felsen und ja es ist immer sehr dankbar für die astro oder für die nach sags white angle astro fotografie sich vordergründe zu suchen die sich definitiv nicht im wind bewegen können bei langen belichtungszeiten deshalb natürlich hier die felsen ausgesucht das ist da ist teneriffa einfach ein wunderbares ziel für die astro fotografie mein tipp immer erst mal zu hause mit der ganzen ausrüstung klarkommen und wenn ihr dann sagt okay jetzt kann ich das gut machen dann ist eben eine reise auf die kanaren so die günstigste und schnellste möglichkeit weit nach süden zu kommen dass eben die milchstraße oder das galaktische zentrum schön hoch am himmel steht und man lange zeit fotografieren kann ohne dass einem irgendwelche wolken stören auch das hier ist mitgemacht jetzt mit dem 28 75 mm auch da wurde der hintergrund mit dem checker aufgenommen die 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 antares region und dann der vordergrund aus mehreren aufnahmen zusätzlich gemacht aber auch da natürlich wieder eine position gesucht dass ich so mit 75 mm da hoch fotografieren konnte dieser stern warte oben auf auf teneriffa dass das natürlich auch hier vom hintergrund sinn macht dass das zusammenpasst das hier war eine glückliche nacht in der es wirklich komplett windstill war oben auf teneriffa wo sich eben die pflanzen da nicht bewegt haben man kann jetzt sehen dass es sehr dunkel war ich kann natürlich nicht in der normalen landschaftsfotografie dann dort mit blende 8 fotografieren oder blende 16 am besten doch dass der vordergrund komplett scharf ist weil sonst würde ich da die ganze nacht lang stehen und nur vordergrund fotos belichten deswegen ist es ja der vordergrund mit offenblende entstanden mit f2,8 und das ist die milchstraße anfang juni die steht dann am anfang nach kurz nach sonnenuntergang eben noch sehr flach über dem horizont und dann kann ich die eben so parallel recht parallel zum horizont aufnehmen und belichten wenn ich jetzt astrofotografie mache dann habe ich jetzt schon so ein bisschen die die technik so raus wie ich das persönlich mache der trick ist es gar nicht mal zu sagen ich buche jetzt im lange im voraus meine reisen sondern das problem ist wenn ich jetzt so eine reis lange voraus buche zum beispiel auf teneriffa das hatten wir gemacht da wollten wir nach teneriffa fliegen dann kam aber sahara staub nach teneriffa da sind da zwar keine wolken da aber man kann trotzdem nur einen kilometer schauen und dann kann ich eben keine deep sky fotos machen deswegen mache ich das ab sofort oder machen wir das ab sofort so ich bin meist nicht alleine fotografieren das machen stefan liebermann mit dabei könnt ihr wahrscheinlich auch der ist schon ein bisschen versierter in der deep sky fotografie und dann fliegen wir wirklich spontan bei neumond wenn der himmel also dunkel ist irgendwo hin wo gerade keine wolken sind dunkle regionen und da waren wir in spanien unterwegs man kann jetzt hier sehr schön sehen das ist in spanien das ist eine light pollution karte hier gerade so ein gürtel um madrid rum sehr dunkel ist und dort sind wir dann unterwegs gewesen und haben dort eine unterkunft gesucht und wir haben einen sprang speziellen als astrofotograf einen ganz speziellen anspruch an die unterkunft man kann jetzt hier sehen da ist eine kleine stadt gewesen wir waren diesem dorf castile nuevo habe ich wahrscheinlich falsch ausgesprochen unten da in der mitte wo wirklich keine lichtverschmutzung gewesen ist und das war eine so perfekte unterkunft das war eine alte burg dann gab es noch fünf wohnhäuser und ein kleines hotel und man konnte da wirklich vor der tür stehen und direkt deep sky fotografie im perfekt dunklen himmel aufnehmen spontan gebucht auch mein persönlicher reisetipp jetzt wir einfach booking.com nehmen und vergleicht die booking.com kartenfunktion mit der lichtverschmutzung karte um unterkünfte herauszufinden in regionen wo keine lichtverschmutzung ist und daneben einfach spontan dahin fliegen der vorteil ist immer in solchen nicht unverschmutzten regionen die sind deshalb nicht lichtverschmutzt weil dort niemand wohnt deshalb sind auch die unterkünfte sehr günstig ist ein kleiner vorteil davon dann wenn es natürlich so eine reise ansteht da muss man natürlich gucken wie ist jetzt so die wettervorhersage und da im januar wo wir unterwegs waren in spanien habe ich das vorher geguckt und da gab es eine ganz besondere wetterlage wo eben nordwind in spanien gewesen ist und dann bleiben alle wolken eben in diesem gebirg dessen namen ich gerade vergessen habe zwischen frankreich und spanien hängen und deshalb ist es dann in der mitte von spanien besonders wolkenfrei und da brauchen wir natürlich dann die wetterdaten das satellitenbild um das ganze genau planen zu können dass da eben auch in der reisezeit in der reisewoche eben keine wolken da vorhanden sind zur wolken vorhersage nutze ich mittlerweile natürlich meine eigene app viewfinder da haben wir aktuelle wolken vorhersagen vom schnellsten wettermodell des deutschen wetterdienst drin schnell im sinne von das aktualisiert sich am häufigsten und da kann man eben wunderbar auf der animation erkennen wo sich wolkenbereiche finden damit so noch so einen ganz speziellen sternen himmel parameter entwickelt der dreidimensional die wolken um euren standort beachtet dann genau sagen kann okay hier habt ihr nicht nur im zeniten freien himmel sondern wirklich auch der horizont ist frei von wolken normale wetter apps können einem nicht immer ein bisschen hinter gehen die sagen nämlich hier an deinem standort ist es wolkenfrei aber dann habt ihr immer das problem standort heißt über euch sind keine wolken wenn jetzt auf die milchstraße fotografieren wollte und ihr steht halt nah am horizont dann können da eben trotzdem wolken stören und da haben wir eben so ein algorithmus der das einberechnet jetzt natürlich die frage wie komme ich jetzt von diesem einzelnen foto zu so einem gesteckten zusammengefügten deep sky foto ohne bildrauschen wo eben diese details viel besser rauskommen und da kann ich jetzt einmal kurz erklären wie dieses rauschen überhaupt entsteht also das ist jetzt hier das bildrauschen was ich in so einem einzelnen foto habe natürlich kann man sich das wisst ihr auch wäre es realistischer wenn der hintergrund ist im foto einfach gleichmäßig schwarz wäre das ist es aber nicht sondern ich habe auch weniger langen belichtungszeit und der höheren iso dieses grisseln da drinnen im foto das entsteht durch zum einen teil durch das sogenannte fotonen rauschen fotonen rauschen ist einfach nur wie kann ich das vorstellen wahlumfrage vor der bundestagswahl ihr fragt zehn personen das ist natürlich nicht wirklich repräsentativ und ihr habt natürlich eine hohe statistische abweichung deswegen fragt ihr nicht nur zehn sondern hundert oder tausend personen und irgendwann pendelt sich das sozusagen auf die das wahre wahlergebnis ein und so ist das eben auch wenn ich jetzt nur ein einziges foto machen würde dann habe ich immer mal ein bisschen mehr mal ein bisschen weniger fotonen die auf so einen pixel da getroffen sind und die entsprechen nicht immer der wahrheit wenn ich jetzt aber ganz viele aufnahmen mache dann schaffe ich es so dass ich jedes einzelne pixel irgendwann den wenn ich den mittelwert nehme genau die wahre helligkeit sozusagen haben dann sozusagen dieses schwanken diese schwanken raus mitteln kann deshalb mache ich ganz ganz viele fotos und bildet sozusagen den mittelwert da raus und dann habe ich kein rauschen mehr drin und jedes pixel hat dann die wahre helligkeit und dadurch verschwindet dann das rauschen raus gemittelt aus den fotos das übernimmt das software für mich ihr müsst euch da auch gar keinen kopf drum machen wie das technisch funktioniert das haben schon ganz viele schlaue leute physiker astronomen vor euch gemacht und da eben das software entwickelt wenn ich jetzt also deep sky fotos gemacht habe dann habe ich so einen riesen ordner auf meinem pc da sind dann alle möglichen fotos drin alle vom gleichen objekt mit dem tracker aufgenommen die ganze nacht über fotografiert und dann gibt es als zweites problem das sogenannte sensorrauschen oder das ist dann auch das thermisches rauschen von eurem bild sensor was man jetzt hier sehen kann ist eigentlich ein sogenanntes dark frame ein dark frame ist ein foto mit verschlossen objektiv dass da kein licht reinfallen kann eigentlich sollte dieses foto natürlich schwarz sein das ist es aber nicht weil der bild sensor auch ein bildrauschen end von sich aus erzeugt dieses bildrauschen ist der fingerabdruck eures bildsensors das hat nur eure kamera ganz speziell und damit es noch ein bisschen komplizierter wird auch nur bei einer bestimmten temperatur luftdruck luftfeuchtigkeit was auch immer auf jeden fall muss man diese dark frames deshalb immer genau dort auch aufnehmen wo ich meine astro fotos machen der gleichen nacht dass ich eben genau diesen figure abdruck von dieser nacht sozusagen bekomme und dann mache ich diese sogenannten dark frames und bekomme sozusagen dieses profil wie mein sensor denn rauscht das entsteht hauptsächlich durch hot pixel das sind kaputte pixel die sagen einfach hey hier ist jetzt ganz viel rotes licht gewesen was aber nicht stimmt einfach ein kaputter pixel im bild sensor sind erstaunlich viele kaputte pixel noch im bild sensor das wird normalerweise mal raus gemittelt und dieses dark frame findet diese ganzen kaputten pixel eben und das kann man erzählen also noch mal hier vergrößert das ist alles das rauschen was jetzt nur durch hot pixel in meinem bild sensor entsteht und das kann ich eben dann auch rausrechnen da mache ich diese dark frames einfach referenz bilder für dieses rauschen und wenn ich diese ganzen fotos gemacht habe da gibt es dann so software nennt sich zum beispiel deep sky stacker da gehe ich einfach mit hin und lade dieses ganze konvolut an fotos da rein das kann man jetzt hier auch sehen wenn man sich mal in die mitte von dem bildschirm guckt da steht in der mitte registering and stacking und dann open picture files in die dark files die flat files da werdet ihr euch damit beschäftigen müssen dass man die richtige astrofotografie macht da gehören nämlich nicht nur die milchstraßen fotos an sich dazu sondern eben auch diese speziellen korrektur fotos dass man hinterher diese bildqualität hat dann lebt man die alle diese software rein und diese software sorgt dann dafür die ist kostenlos deep sky stacker dass eben dieses ganze bild rauschen rausgerechnet wird und man hinterher eben ein schönes rauschfreies sehr detailreiches foto vom sternhimmel bekommt da kann ich dann eben solche tages dann aufnehmen wie zum beispiel den hexenkopf nebel das ist ein reflektions nebel reflektions nebel von einem jungen stern der der nähe steht und das ist wirklich so auch ein ganz großer maßstab das jetzt passiert das ist so wie die sonne bei uns eben einfach die wolken in unserer atmosphäre erhält so erhält eben dieser junge stern diesen staub dort in der im weltall und deswegen kann man den dann am nachthimmel belichten oder auch hier die sogenannten plejaden da kann man das auch sehen das sieht auch so ein bisschen aus wie so so kristalle im himmel das ist wirklich auch so ein reflektions nebel da ist einfach so eine staubwolke in im weltall die genau in der umgebung oder vor so einem sternhaufen sich befindet und er leuchtet eben von innen diesen staub aus und dann kriegt man eben diese schönen nebel hin und das ist noch mal die antares region jetzt mal mit 180 millimeter brennweite aufgenommen da sieht man jetzt auch mal verschiedene farben von den stern denn nicht alle sterne sind einfach weiß sondern die haben verschiedene farbtöne je nachdem wie groß wie viel also wie viel masse die haben oder in welchem lebensstadium sich diese sterne befinden von ihrer existenz haben die verschiedene farben und dann gibt es eben diese verschiedenen farbtöne in diesem dunkel nebel in diesem jahr reflektions nebeln die ich jetzt dann dort oben im weltall finden kann ja das war mein kleiner ausflug mit euch in die astro fotografien ich kann einfach jedem empfehlen probiert das selbst aus es ist gar nicht so kompliziert ihr könnt auch ohne eine astro modifizierte kamera erst damit ohne teleskope mit den hammer und objektiven hergehen und einfach mit der die sky fotografie anfangen wichtig ist aber für dass sie so einen astro tracker hier braucht also da kommt ihr nicht drum vorbei da gibt es verschiedene varianten die günstigsten mit denen man so die milchstraße gut so bis 100 millimeter brennweite ein bisschen was machen kann die kosten so 2300 euro sind also günstiger als objektiv und ermöglichen euch und ermöglichen euch eben dann in der deep sky fotografie so ein bisschen fuß zu fassen dass die ersten erfahrungen zu sammeln weil die technik ist gleich von diesem kleinen gerät bis zu einem riesigen teleskop was jetzt in einer sternwarte steht ist die funktionsweise und die aufnahmen die dort aufgenommen worden genau das gleiche nur die dimension von der technik ist eben anders die machen auch nichts anderes außer eben das ausrichten und dann eben dem sternhimmel folgen und belichten da ist nur eine höherwertige kameratechnik auf den einstieg kriegt ihr es eben auch so hin deshalb freut euch auf die astrofotografie es macht wirklich viel spaß aber ich sage es gleich ist es eine geduldsfrage wenn ihr weh geduld hat auch mit dem wetter und sowas dann ist astrofotografie schwierig ich wünsche euch viel spaß und gutes licht so Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.